Malzahit, mein Name ist Balfma und herzlich willkommen hier zu Balfma schaut, meinem Reaction Tour Kanal, in dem ich immer wieder Videos reakte, die ich bereits kenne. Da gucke ich mir an, was finde ich toll daran, was verbinde ich mit dem Song, was gibt es da für tolle Live-Momente. Ich reakte allerdings auch immer wieder Sachen, die YouTube mir vorschlägt und hin und wieder mache ich mir auch mal ein bisschen was Besonderes, also so ein bisschen was anderes und heute reakte ich dann mal ein Musikvideo ohne Musikvideo. Das habe ich bis jetzt schon einmal gemacht, das war mit Blind Guardian. Heute ist dann einfach Equilibrium mit Wassermann an der Reihe und ich wechsle hier einfach schon mal den Bildschirm. Der Song ist von dem Album Rekreatur. Ich habe das Album schon mal gehört. Ich kann den Song selber jetzt nicht zuordnen. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass er mir bekannt vorkommt oder auch nicht. Das muss ich gucken. Hat sich einer von den Zuschauern gewünscht. Deswegen da noch mal vielen Dank auch an den Wunsch. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, mir das Video anzugucken, beziehungsweise bin gerade dabei. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Wenn ihr mal Sachen außerhalb der normalen Reaktor-Norm hat, schlagt sie mir gerne vor. Ich reakte gerne kleine Bands mit 100 Klicks. Ich reakte aber auch halt die großen mit Millionen von Klicks. Und hin und wieder mache ich halt auch so besondere Sachen. Bei Cover-Version gehe ich manchmal auf das Ursprungslied ein oder so wie hier jetzt reakte ich halt einfach ein Musik-Video ohne Musik-Video. Ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt mir gerne was in die Kommentare dazu. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und euch und mir natürlich wie immer viel Spaß. Also das Lied ist recht lang. Ich denke mal, es ist so ein richtig schöner Aufbau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, egal. Wir hören jetzt weiter, sonst wird das Video hier 20 Minuten lang. Ich bin heute schon wieder so richtig in Redelaune. Das Video hier 20 Minuten lang. Ich bin heute schon wieder so richtig in Redelaune. Das Video hier 20 Minuten lang. Genau, das meine ich. Ich mache gleich nochmal ein Stück zurück, dann hören wir den Übergang nochmal sauber. Aber diese Übergänge halt, das ist halt nicht so, ich sag mal so, es gibt ja eh nicht 100% Metal. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich will auch niemanden vom Bug schießen damit. Das sind halt so Sachen, wenn man halt richtig Bock auf Metal hat, ist das nicht das Richtige. Das ist eher, musikalische Spielerei trifft es ja auch nicht ganz, weil das ist ja ernsthafte Musik. Aber dieses Spielen mit der Musik finde ich in diesem Album ganz, ganz stark und richtig, richtig gut. Und ihr hört es, die holen da einiges raus. Also ich bin gerade wieder richtig so, ach geil. Ich muss erst mal wieder das Album durchhören. So, wie gesagt, Stückchen zurückbaulich machen, damit wir das alles sauber hören, den Übergang. Und dann geht's jetzt weiter. Ein bisschen weit zurück, aber egal. Song ist trotzdem gut. Ein zerrierbar, wo man dieses Mal in grauem Kleidung hinand tut, wie in den in die feingrönen Vande heilt. Da schritt der Bauer, den Himmel zu dem Weg, und die Mord so ein Vater machen halt. Ein Tier hat ja im Keller verliefst. Mit Fels und Tritt, die Töpfung schießt. In Freiheit tut alle Seelen fliehen. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Habe ich ein Stück vorgemacht? Oh Mann, ich glaube, ich habe ein Stück vorgemacht. Egal. Der Song ist so gut, wir hören uns einfach nochmal an. Also ihr seht, ich mache hier alles live und es gibt auch hier keinen. Ich schneide mal so ein paar Kackfehler raus. Komm, gehen wir einfach ganz weit zurück und hören nochmal hier. Ja, wie gesagt, ich lebe und liebe die One-Takes und auch mit allen Höhen und Tiefen. Und deswegen, sorry, ich habe, glaube ich, gerade einfach weitergemacht anstatt zurück. Ja, komm. Ja, ich glaube, ich habe ein Stück vorgemacht. Ich glaube, ich habe ein Stück vorgemacht. Ja! Ich bin ein Körger, in keiner Verließe. Ich bin ein Vergnügen, die Töpfer steht. Ich war ja nur, weil ich will nicht fliehen. Ich bin ein Vergnügen, ich bin ein Vergnügen. Ich bin ein Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ansonsten gibt es natürlich bei Instagram auch immer mal wieder Sachen von mir, außer der Reihe. Ich trainiere im Moment für einen Mammutwalk. Wer häufiger gesehen hat, hat vielleicht schon gesehen, dass ich ein bisschen schmaler im Gesicht geworden bin. Da trainiere ich für einen 100-Kilometer-Marsch, der in 24 Stunden absolviert werden soll. Momentan bin ich noch lange nicht da, aber ich habe noch ein paar Monate Zeit. Und ansonsten gibt es natürlich auch ein bisschen zu Brettspielen, Miniaturen von mir immer. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, auf Instagram einfach nach dem Wahlvormor suchen. Ansonsten Links sind unten auch alle. Und jetzt bin ich wirklich raus. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Wahlvormor. Ciao!